Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Magic und willkommen wieder zurück auf NoHeadGaming. Best of ist heute angesagt. Der Stream war wieder voller Krankheiten mit Simon und mit Alejandro. Warum sind seine Augen leer aus? Weil ein Batterien... Sein inneres Licht ist erloschen. Der hat uns einen Packlack... Das ganze Packlack wurde heute rausgesucht bei Alejandro. Der hat wirklich geliefert, Freunde. Es ist endlich Zeit für meine erste eigene, selbstgezogene Icon. Ich habe keinen Iconpack gemacht, weil ich sie endlich haben wollte. Die erste eigene Icon. Und es war soweit. Und es ist auch noch ein geiler Icon. Das war ein brutaler Stream, Freunde. Geile Musik. Hat Bock gemacht, Digga. Der war das erste Mal gefühlt wieder auf Twitch. Checkt das TZBestoff aus. Auf jeden Fall, Freunde. Link ist in der Beschreibung. Und eskaliert mit den Likes, Freunde. 15.000 Likes für meine erste Icon. Das wäre geil, Freunde. Das wäre richtig geil. Das war ein Dual-Stream. Check Twitch aus. Laber nicht zu viel, Digga. Die sollen eskalieren bei dir. Abfahrt. Pusht euch. Daumen hoch. PSN-Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop. Ja. Die günstesten Codes im Netz. Und am schnellsten auch noch. Ja. N-A-G-K-Pah. Für Rabatt. Link in der Beschreibung. 19 Uhr. Komm rein da. EA, 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 EA. Okay. Promopacks. Halt's Maul. Halt's Maul. Oh mein Gott. Halt dein Maul. Halt so, ob die den Lightning Round raushauen. Halt dein Maul. Halt die Fresse. Lightning Round, der fährt rein. Oh mein Gott. In Form und kein Walkout. Halt's Maul. Digga, EA, Alter. EA. Halt's Maul, ihr Scheißgeier. Ja, moin. Oh, oh, hallo. Wow. Ich dachte gerade, oh, Champions League. Ey, 100 Euro für den Chat. Ihr könnt schon mal ein Däumchen nach oben verlassen. Hauen die einfach den Lightning Round. Haben die gesoffen, Digga? Messi ist da. Messi ist im Team of the Group Stage. Ja, dann kommt dann das Ding. Oh, Walkout. Kein Walkout. Frankreich. Aber was soll's? MS, Griezmann. Benzema. Oder Benzema. Griezmann wollte ich schon sagen. Benzema. Scheiße. Alter, Mbappé, Ter Stegen, Salah. Hä, was ist denn so ein Messi-Player of the Month? Ramos. Ja, bringen sie safe wieder net. Koulibaly, Sterling, Mertens, Zon. Haaland. Züch. Alter, wie hast du denn krankes? Züch, was geht? Zon auch. Komm, bitte. Oh, der geht rein. Bei mir geht der wieder nicht rein, oder? Oh, wieder Walkout. Walkout. Oh nein. Aber normal. Oh. Ja, hör auf. Hör mir. Oh, die Wala. Oh, die Wala. Die Wala. Machallad, ich hab Birki. Alter, dass wir heute wieder einen Lightning Round hier hatten, ne? Das hätte mir mal einer wohl sagen können. Ganz ehrlich, okay. Das hätte mir mal einer alles erzählen können. Steffi hätte mir alles sagen können, aber nicht, dass wir in der Lightning Round landen. Steffi. Und ich sag noch, Steffi, gute Frau. Mensch, Steffi, Junge. Geht ihr überhaupt rein? Ja, geht rein. Ich kann das bei mir im Monitor nicht so erkennen. Geht rein, geht rein, geht rein. Ja, okay. Ich mag 50k Packs echt nicht. Aber 100k Packs auch. Komm, Freunde, push into the limit. Hier ist der wahre Packler. Echti. So, komm, komm, komm. Ich halte mein Wort. Ich halte mein Wort. Wir fahren beide rein. Walkout. In Form, kein Walkout. Oh. What the fuck is that guy? Oh, M-Bolo, 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 M-Bolo. Walkout, Baby. Ich halte rein. In Form, Walkout. Da, komm. Wer ist das denn? Pimple Alley. Oh, jawoll. Nimm mich mit. Aber er ist ja mit 23 Jahren halt mal so schnell. Ja, der ist nicht mal so fit aktuell. Da müssen wir ein bisschen runterfahren. Komm, Digga, was ist mit dem Account denn los? Der ist komplett zu. Bruder, wo bist du? Und er fährt rein. Safe. In Form. Nee, Kui. Hör, die sind doch da. Hey, bei mir ist ja gerade 900. Oh, belastend. Hör, ich hab noch. Nein. Nee, ist auch weg. Ist weg. Jetzt ist es wirklich weg. Nein. Das Pack ist nicht mehr verfügbar. Aber wir haben ja noch unsere aufgesparten Facks. Weeey. Weil wir sind schlau im Laden drin. Ich weiß halt nur, wer anruft jeden Tag, wenn er eingezogen ist. Simon, kannst du mal rüberkommen, das mache, das mache, das mache. Kannst du mal den Laden-Ding einschalten? Die Kaffeemaschine verbindet sich nicht mit dem Internet. Hau einfach rein. Eichen, Eichen! Jetzt kann man jubeln, Digga, jetzt kann man jubeln. Madea Stike, Baby. Kakao noch. Kakao, Baby. Madea Stike. Ich hab das gar nicht erkannt, Mann. Was schreibst du mich so an? Ich hab sofort gesehen, dass es Eiken ist. Ich hab sofort gesehen, dass es Eiken ist. Ich hab sofort gesehen, dass es Eiken ist. Ich dachte so, hör, das ist krass weiß. Ich hab mir gedacht, was ist mit ihm? 87er Rating übrigens. Fick dich, Digga, dafür, dass ich gesehen habe, dass es ein Eiken ist, geht der Punkt an mich. Digga, immer wenn ich mal euch bin, hab ich verheckt, Mann. Das ist dieser Monitor. Das ist der Lackmonitor. Oh, Baby. Meine erste Eiken dieses Jahr. Ich hab kein einziges Eikenpack geöffnet, weil ich meine erste Eiken aus normalem Pack ziehen wollte. Damit hab ich gerade gar nicht gerechnet. Damit hab ich gerade gar nicht gerechnet. It happened, Baby. It happened. Ist es Baby Kakao, ja, ist es Baby Kakao. Ist mir scheißegal. Warum kein Gaucho? Digga, ich war bei Gaucho. Ich war gar nicht bei Kakao. Aber Kakao finde ich es geil, weil es eine neue Eiken ist. Ja, es ist geil. Digga, Eiken ist immer geil. Uff, Alter. Schmeckt dir eine Million, Bruder. Schmeckt. Geil, Digga. Danke, dass du mich heute eingeladen hast. Dass ich hier heute eine Eiken ziehe. Impact-Lack-Studio. Gut, dass Bossu nicht da ist. Dann wäre sie nämlich nicht gekommen, weil Bossu hätte Auge gemacht. Bossu hätte Auge gemacht. Ich gönne, ich mach keine Auge. Bossu hätte Auge gemacht. So, abfahrt rein, Freunde. Jetzt kommt keine Lightning-Round. Achtung. Doch, da ist 90.000. Ihr scheiß Wixer. Ihr scheiß Wixer. Kommt, Freunde, Heiko. Auf geht's, Chat. Support ist kein Mord. Oh, aber die laufen... Hä? Nee. Boah, das sah halt wieder so weiß aus. Leck mich am Arsch, Digga. Leck mich am Arsch, Mann. Oh, come on, Baby. Come on, der geht rein, der geht rein. Ja, da ist er. Frankreich. Oh, äh, hier, Koulibaly. Koulibaly, tauschtart. Mané, Sané, Koulibaly. Mané, Sané, Koulibaly. Tauschtart. Mané, Sané, Koulibaly. Bruder, 90er. Pecklack ist so ein Fire, aber ich lebe einfach nur noch hier in dieses Studio. Scheiß, Alter, da spritzen voll die Dinger. Oh, Rockout. Da spritzen voll die Dinger. Ja. Das sieht so weiß aus auf diesem Scheiß-Monitor, Mann. Marcelo. Komm, jetzt mal bei mir. Geht der überhaupt rein in die Olga? Ja, geht rein. Oh, sieht wieder so weiß aus, ne? Ah, Mist, Mist, Mist. Oh, naja, immerhin. Ja, mit, ja. Dings ist ja, der Stegen ist ja Team of the Group, stagey stage. Aber, Walkouty, Walkouty, Walkouty. Ich glaube, ich kann halt wieder Codes aufladen. Komm, der geht rein. Oh, innen vorm Walkout, oder? Innen vorm Walkout. Elli. Elli. Ah, der Schwanzi, Elli, der Schwänzer. Blowjob Elli. Achla, Elli. Komm schon. Die mir Ellenbogen. Ellenbogen. Komm, push it rein da. Oha, 120.000. Ich habe Angst. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Auf das wir nicht untergehen wollen. Okay, wir fahren rein. Auf das wir nicht untergehen werden. Hey! Aber das ist normale Champions League-Karte. Scheiße. 87. Hey, Spanier. Digo Costa, Walkout. Guck mal, die sagen an, du bist ein Hund. Oh, komm, da geht. Walkout. Ah, Deutschland ist Mist. Ah, Torwart IV. Boah. Blehart Hummels. Alter Bruder. Pets, Digga. 112.000 Packs, die machen uns arm. Walkout. Walk it, I'll get talk it. Aber wieder nur Scheiße, Digga. Ist schon wieder ein Racki-Tisch. Oh, Modric. Ja, gut, ist aber eigentlich auch genauso Scheiße, ne? Kann ich mal was gönnen, Rainer? Kann ich mal was gönnen, Rainer? Wir können uns Zeit lassen, Freunde. Sonst sind wir gleich wiederbleiben. Ja, wir können Pack-Battle machen eigentlich. Digga. Oh, der Kaffee. Yes, Davey, Frankreich. Nein, zisch, was geht. Zisch, was geht? Zisch, zisch, was geht? Zisch. Oh, Walkout. Hey, Info-Walkout. Dann Nautowitsch, superblit. Bruder, Alter, nimmt man sowas schon mit. Brudy, ich müsst los. Oh! Was war das denn so, geile Packs? Oh, das ist Zaten hier. Hey, here we go again, baby. Wie ist Zaten hier? Was ist das denn? Was ist das denn? EL Europa League. Hä, von der Farbe dachte ich aber du hast den anderen. Sagnolo. Sagnolo den Witzel. Sagnolo du ****** Fand beide rein. Walkout bei mir. Pogba. Nein. Ah, Lörris. Komm nächste Runde. Ja komm, eins noch. Der Hure Lörris. Das Ding kannst du mit hoch nehmen. Oh, da ist Tolisso drin gewesen. Da war Tolisso drin. Da war Tolisso drin. Arme Narkoyum. Walkout. Rutschegange. Rutschegange. Warum bist du... Ich dachte grad irgendwas. Ey, ich bin sau zufrieden mit der Ausbeute. Aber ich habe auch viel zu viel ausgegeben. Aber ich hätte niemals gedacht, dass heute Lightning Rounds kommen. Wie hast du aufgeladen? Bei mir ist ein Tauri jetzt wieder weg. 700 oder irgendwas. Fandik. Ohhhh. Das ist gut, das ist gut. Der ist gut. Das ist gut. Plus eins. In von plus zwei haben wir gesagt. Euroleague-Livecard. Hätten wir vorher ausmachen müssen oder? Schon plus zwei. Der hat ne gute Stats auch noch, ne? Was ist sein Outfit-Wert? Oh, Eiken! Nein! Das ist einfach nur weiß da. Juhu! Oh, 86. Ey! Ja, das ist der Monitor, Digga. Das sagten wir vorhin auch schon. Das ist wichtig, dass du dich bestellst. Merkt er das mal im Satz. Eins in den Shit! Doch! Ter Stegen! Ter Stegen! Ich bin frei! Dankeschön, mein Freund. Dankeschön. Fühl dich frei! Du bist vogelfrei! Äh, äh, äh! Ohhhh! 87! Oha! Drei Walkouts! Drei! Aber guck dir erst noch mal. Gold ist 85. Hab ich doch gesagt oder nicht? Nein, leider nicht. Oh, der schmeckt schnell drauf, oder? Baller los. Baller die Testuhuren. Tätik. Iyer. Bistar. Tätik. 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 Tätik.